Drei Haie trinken, Mann, das würde wohl möglich sein, dass ich da... Was? Alter, ich hab doch nicht mehr richtig angefangen, dann bin ich schon fast tot. Oh, nimm doch den Trank! In your face, Mann! Ja, jetzt bist du sauer, weißt du? Nimm den Trank! Okay, also mit schweren Attacken kann ich den tatsächlich ein bisschen ärgern. Komm, durchs Feuer, Mann, lass! Oh, ja! Oh, das war scheiße. Nicht doch! Du kannst doch nicht, Mensch, du musst doch mich bewegen. Ja, ja, der ist halb tot. Also merke, schwere Attacken sind bei dem sehr, sehr nützlich. Ja, hast du schreien, wie du willst, du. Jetzt hab ich wirklich Puls. Ohne Scheiß jetzt. Ich hab keinen Heidrang mehr. Ja, das ist nichts für meine Nerven. Ohne Scheiß jetzt hier. Ja. Komm schon. Nein! Nein! Heidung! Ohohoho! Wegt uns! Wegt uns! Ich war noch nie so angespannt. Stich zu! Ja! Ja! Ohohoho! Ja, oder? He? Pfff! Scheiß, die Wand an, Junge! Ja, ich muss das mal durchschrauben, ja. Junge, Junge, Junge.